Musik Die Aufgaben des Ballführers sind äusserst vielfältig, speziell im Atem- und Rückball. Musik Die Schwerpunkte des Ballführers bei der Totenburger AG sind Akkusition, Führung von Personal und Ballstellen, Kontaktpflege mit den Ballherren, Ausmessen und Abrechnen von Ballstellen inklusive Nachkalkulationen. Musik Musik Und wenn für eure Baustellorganisation kein Fremdart ist, dann lesen wir weiter unten den Link, was wir zu Winterthur haben, zu bieten haben. Musik 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 Musik